Das Zentrum der Meditation unterstützt uns dabei, uns selbst nicht mehr so ernst zu nehmen. Gebe Dich mit diesen ausgedehnten Meditationen der Stille hin. Wähle eine Meditationshaltung, die für Dich funktioniert und lasse Dich durch die Praxis der Konzentration in die Meditation hineinführen. Meditation ist eine uralte Technik, die Deinen Geist und Körper trainiert, still zu werden und unnötigen Stress aus dem Körper abzubauen, was zu einem Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment führt. Es ist aufmerksames Zuhören und achtsame Beobachtung. Du wirst lernen, auf Gedanken zu hören, ohne in sie verwickelt zu sein und es genießen, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Lass einen gesunden Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis für Dich und Deine Kunden werden und fange gleich an.